Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelah und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Wissenshunger und für dieses Achievement müssen wir Treadoffer im Nebel von Terraskit auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir einen erleuchteten Stachelschlundfresser besiegt haben. Wie funktioniert das? Wir machen es einfach so, dass wir, bevor wir den Boss quasi pullen, im letzten Pack ein Mob rauszuziehen und das ist dieser besagte Stachelschlundfresser. Und den lassen wir am Leben und sobald wir die anderen Trashmobs gekillt haben, können wir einfach ihn dann nochmal raus pullen und zum Boss ziehen. Dieses eine Ad muss nämlich jetzt in der Mitte zu diesem großen Samen hin und sobald es an dem Samen dran ist, fängt es an diesen Samen zu futtern. Und sobald es den Samen aufgefuttert hat, kriegt es halt so einen Erleuchtet Buff und wenn es den Buff hat, dann kann man das Ad töten. Ihr seht, er hat jetzt hier diesen Buff schon drauf, wir können das Ad einmal töten und nachdem das Ad getötet worden ist, können wir den Boss töten. Mehr ist es tatsächlich nicht, dann gibt es das Achievement. Ihr könnt natürlich auch das komplette Pack rein pullen und müsst das Ad nicht unbedingt cc'en. Oder ihr schaut halt, dass ihr, wenn ihr die anderen kleinen Viecher umklopft, dass ihr das Ad am Leben lasst. Bei uns war es so, wir hatten ein bisschen Angst, dass wir zu viel Schaden haben und das wegkliefen. Dementsprechend haben wir es halt rausgezählt und dann erst reingezogen, als die anderen Mobs tot waren. Aber das ist eigentlich egal, wie rum ihr es macht. Es muss halt bloß überleben, das eine Ad. Und es muss den Buff bekommen, bevor ihr den Boss umbrezelt. Mehr ist es tatsächlich eigentlich nicht. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!